Hallo, da bin ich wieder, eure Sabine Blumenthal. In diesem Video erkläre ich dir das vollständige Koordinatensystem. Du lernst den Aufbau und die richtige Bezeichnung des Koordinatensystems. Ich zeige dir das richtige Beschreiben, Ablesen und Eintragen von Punkten im Koordinatensystem. Du solltest bereits das einfache Koordinatenkreuz mit Rechts- und Hochachse sowie die Zahlengerade von minusunendlich bis plusunendlich kennen. Du kennst bereits das Koordinatenkreuz. Ein waagerechter Zahlenstrahl bildet... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com www.sofatutor.com Im Jugendliche Das war's für heute.